Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Zack, so geht mal ein Vlog weiter. Und mal, Luschi, Luschi will immer noch die Kamera haben. Stimmt's? Luschi, kommst du denn jetzt mit mit Mama und Mara zum Einkaufen? Mama! Ja? Kamera! Mama, Kamera! 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 Ich nehme euch jetzt erst mal mit nach Hause, wo ich die Kamera schnell abgebe, Mara abhole und dann fahren wir zusammen zur DM. Kommt das eigentlich Babymilch und Feuer? Babymilch, ja, das frage ich mich auch. Du bist ein bisschen zu Euro, oder? Nee, 17. Ich habe wieder nur in der letzten Sekunde dran gedacht zu filmen. Ich hasse mich dafür so sehr langsam. Ja, also wirklich. Was, ich gucke mal drauf. Mara, was hat jetzt ihre ganzen... Obwohl, hast du jetzt alles, oder? Ja. Fehlen dir noch Sachen? Essen. Also so Nudeln und so, also so Nudelbecher und so. Was, wieso das denn? Das erste Mal, als wir aus Kaffee kamen, haben wir uns abends alle um 22 Uhr mal hingesetzt und haben Nudeln gegessen. Ja, aber ihr kriegt doch da was zu essen. Ja, weil wir haben von dem Essen alle Bauchschmerzen bekommen. Okay. Und haben jetzt so was mit, weißt du, diese Jumjumlune für 59 Stunden. Ja, und wo habt ihr euch das gemacht, so ohne Schüsseln und alles? Wir hatten eine eigene Küche. Ja, aber weißt du, ob ihr jetzt welche habt? Ja, wir haben immer eine Küche, aber wir sind es nicht allein. Okay. Mara ist ja nächste Woche auf Klassenfahrt und da hat sie sich jetzt ihre Sachen geholt. Also diese ganzen Hygieneartikel, die man halt so braucht. Für die Klassenfahrt, damit sie sich dort vor Ort nichts holen muss. Nicht wundern, ich schalte sie von der anderen Seite an. Und jetzt holen wir noch Schulgetränke. Nach den Schulgetränken geht es nach Hause wieder zum Kochen bzw. erstmal nur hier zu machen. Wir haben heute den Wohnwagen zum Dichtigkeitstest gebracht. Den müssen wir nachher auch wieder abholen. Ich sehe den Rasenroboter rumfahren. Matthias fragt mich hinter, kannst du den rumfahren sehen? Und jetzt einmal hier kurz den rauswischen. Ja, auf jeden Fall haben wir den schnell weggebracht. Und ist da noch was aufgefallen am Küchenfenster, was noch appelliert wird. Bald beginnt ja die große Fahrt wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Wir werden nach Kroatien fahren mit dem Wohnwagen wieder. Also ihr könnt euch freuen bzw. ihr könnt ja mal kurz thematisieren, wie ihr das findet, wenn wir euch vlogtechnisch mitnehmen auf Fahrten. Wie findet ihr das? Wie findet ihr diese Art von Vlogs, wenn wir mit der Familie von Reisen wegfahren? Das könnt ihr mir mal bitte sagen. So. Das würde mich mal interessieren. Genau. Und das machen wir jetzt bald wieder. Also in diesem Monat ist es soweit. Marlen bleibt natürlich hier zu Hause. Die muss ja arbeiten. Aber die hat schon gesagt, die macht ein Homeoffice in der Zeit, dass natürlich die Katzen auch immer rein und raus können und so. Finde ich ganz gut, dass wir das so geil managen könnten immer und dann ist das alles safe. Und ich überlege tatsächlich, ob wir dieses komische Ding hier, diese Heißluftfritteuse mitnehmen, weil das ja über Strom läuft und wir dann theoretisch weniger Gas nutzen. Ist so eine Geblanke und ich habe schon oft gesehen, dass Camper so ein Ding dabei haben. Deswegen überlege ich, ob wir das Ding auch mitnehmen. Müssen wir mal gucken. Muss ich mal mit Matthias nicht gerade schlagen. So, die Küche ist zwar sauber soweit, aber mich stört das so sehr, dass das hier alles so voll geräumt ist. Das ist für mich echt ein Problem. Ich überlege, ob ich vielleicht einfach Haken hole. Aber hier kann man nicht, weil hier ist Strom, hier ist auch Strom. Hier wäre das möglich wahrscheinlich. Dass ich das Ding hier zum Beispiel loswerde, so für Zwiebeln und so. Oder halt hier die Wand, dass ich hier ein paar Körbchen hinhänge, wie ja goldene Haken oder so. Weil Körbchen habe ich nämlich da. Und ich will unbedingt die Flächen weiter leer bekommen. Das nervt mich tatsächlich echt. Ich dachte, dass ich heute noch voll die Wäsche machen muss, aber muss ich gar nicht. Aber ich muss hier einen Fettfleck vorbehandeln. Da habe ich Kokosfett drauf tropfen lassen aus Versehen. Aber was ist denn das? So. Ähm. Ich muss das Rucksack geben, muss ich ganz dringend waschen. Oh, ihre Blumen. So. Dann mache ich jetzt hier noch mehr helle Sachen rein. Schwarz und Rot. Da stehe ich ja schon wieder nicht. Mach ich das noch rein? Guck mal, wenn wir hier irgendwo Wäsche finden. Hallo. Hallo Bibi. Hier. Socken mit Katzenkotzen dran. Ist super. Pflegeleicht auf 30 Grad. Zeitsparend. So. Und jetzt das nächste Step steht an, dass wir zur Schule fahren. Wir haben heute Zeugnisgespräch, Entwicklungsgespräch von Mares. In 20 Minuten müssen wir da sein. Und dann muss ich mal, abgesehen davon, dass ich noch Reels drehen muss heute, muss ich, mache ich meinen Schreibtisch hier. Und hier sind mir schon wieder Sachen abgelegt worden. Ach nee, Mares. Okay. 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 Was hast du denn jetzt leckeres geholt? Diese Brötchen. Und das andere? Was für ein bunter Schulgespräch, was ganz gut ausgefallen ist. Ja, ich bin, wir sind zufrieden auf jeden Fall mit allem. Aber was jetzt genau, werdet ihr ja verstehen, dass ich da nicht so drüber spreche. Aber alles in allem, ja, finde ich gut. Bei mir auch. Bei dir auch, ja? Ja, bin ich auch zufrieden soweit. Nur eine Fünf. War das diese Rechnungslesengeschichte? Ja. Schön. Naja. Passiert halt. Bist du wieder? Wir haben jetzt gerade zu Hause vor der Tür so ein bisschen den Parkplatz Struggle. Aber du hast jetzt einen Parkplatz einigermaßen gemacht. Meine, also, unser Bus, der steht, ja, eine Querstraße weiter, weil ich keinen Parkplatz mehr bekommen habe. Mein Parkplatz, den ich immer habe vor der Tür, der ist so ultra beliebt. Wenn ich wegfahre, dann ist der immer sofort besetzt. Ähm, ja, muss ich mal gucken. Jetzt holen wir schnell Luschi ab. Wir haben es jetzt so, das ist meine Uhr rum, ne? Meine Uhr lädt auch zu Hause. Wir haben es jetzt 13.20 Uhr. Meinen kann man nicht. Achso, Matthias schreibt mir nebenbei. Ich wollte mir nämlich einen Kinder-, äh, äh, einen Fahrradanhänger kaufen. Aber der kostet 1700 Euro. Und so eine richtige Vorrichtung für Babys gibt es da nicht. Und jetzt bin ich so ein bisschen, bisschen so, 1700 Euro für einen Fahrradanhänger. Ist so billig. Ja, und dann kommen noch diese Sitzverkleinerer dazu, die 80 Euro ungefähr kosten. Billig. Das ist eine Hängematte für Mavi, wo sie drinnen liegen kann quasi. Aber der ist halt, ja, irgendwie nicht so richtig geschützt. Das gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Ach, so gut noch Abstand, ein Glück, ne. Na komm, bleib doch einfach stehen. Du stehst eh da wie so ein Kruppel, also, über zwei Parkplätze, quer. Mach mal schnell die Tür auf, damit du aussetzt. Sitzt du jetzt hinten, oder die Kleine? Du? Ich. Dann kommt die Kleine nach vorne. Okay, wir räumen jetzt mal schnell den Einkauf ein. Und dann, ähm, holen wir schnell Lucy ab. Wir müssen nachher noch den Wohnwagen abholen, heute Nachmittag irgendwie. Ich glaube, die Autofahrer nehmen uns, die ist gerade ein bisschen überfordert. Das kommt davon, wenn man von der falschen Seite reinfährt. Sie ist halt durch Hund und Boot durchgefahren. Mach ich auch regelmäßig, weil hier einfach die Familienfahrtplätze sind. Aber, ähm, es gibt halt Leute, die sollten das nicht machen, weil sie überhaupt nicht klarkommen mit dem ganzen. War jetzt völlig überfordert. Hast du gemerkt, ne? Er hatte gar keinen Bock mehr. Ich hab gesagt, guck mal, wie siehst du das? Und dann ist der war komplett eingekürstellt und ist weggefahren. Ich so, Alter, soll ich dir helfen, Bruder? Er kam von, also, hier ist die Einfahrt. Dann ist er hier reingefahren, obwohl man hier gar nicht reinfahren darf, weil hier muss man gerade ausfahren, theoretisch. Manchmal ist er auch von hier gefahren und hat zu spät eingelenkt. Nein, er kam von hier. Er stand ja, jetzt hab ich ja noch gesehen, wie er in der Heck vorbeigefahren ist. Und manchmal mach ich das auch. Ach, jetzt bin ich hier der Kratzer. Und ich mach das auch manchmal, weil hier vorne, da seht ihr, da sind zwei Familienparkplätze und ich hab keine Lust, den kompletten Kranz hier rumzufahren. Warum sagst du, dass du das auch machst? Ich mach das auch. Ich verurteile das nicht. Aber wenn man dann nicht mal die Kurve kriegt. Das schmilzt doch. Welches Eis? Ich hab mir doch ein Eis gekauft. Ach, das wolltest du jetzt essen, oder? Keine Ahnung, wo das ist. Das schmilzt. Aber wenn man dann nicht die Kurve kriegt, dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Bitte? Du bringst doch den Wagen weg so schnell da, ja? Nee. Doch, doch. Hier steht eine ganz neue Vespa neben mir. Die glänzt, als hätte man die mit so einem Fettstein eingerieben. Hör mal raus. Soll sie selbst auch steigen? Mach weg. Das Ding ist mal so ultraschwer. Das Ding ist so ultrapraktisch, aber es ist auch so ultraschwer. Ja, ja, Mama kommt. Ja. So. Sie hasst es, die Autolehne zu sehen. Maras hat gerade den Eingang ausgeräumt. Ja, und jetzt spiele ich eine Stunde. Von 14 bis 15 Uhr? Warte. Ich war heute gut in der Schule. Ja, also wir hatten heute Zeugnisgespräch, oder wie man es auch mal nennt. Und ich habe schon mit den Schlimmsten gerechnet und erwartet. Aber, ähm, nee. Das ist tatsächlich, äh... Ich kann gut lesen und nicht so gut schreiben. Aber komm, trotzdem kann ich gut lesen. Ja, und der Lehrer schiebt es halt immer darauf, dass er halt ein Jahr jünger ist als die anderen alle. Was ich auch glaube, dass es so ist. Äh, aber er sagt... Ich habe einen Zehltag. Er sieht einen stetigen... Er sieht einen stetigen, ähm... Steigerungen in seinem Lernen und Wissen und so weiter. Und seiner... Seine Motivation im Unterricht und so weiter. Und dann? Von dem da passt das alles. Hab ich heute von der Mitspielerin so... So... So Gucci... So Gucci bekommen. So echtes. Was soll denn das sein? So Gucci. Weißt du? So Gucci. Gucci. Ja, das ist wahrscheinlich vom Rummel. Von was? Vom Rummel. Ja, gut. Ähm... Ja, gut. Wir... Gehen jetzt nach oben. Ich... Ja, aber warte! Ich spiele jetzt eine Stunde. Hast du schon mal gesagt? Okay. Ich glaube, deine Dose noch mit nach oben nehmen. Und die anderen auch bitte alle. Das sind drei Stück jetzt so. Auf deiner Mappe, die da liegt und die hier liegt bitte. Alle nach oben, damit ich hier in den Schauspieler schmeißen kann. Meine Hand tut weh. Und ich hab heute... Ich bin heute... gescheitert an diesen... Weil da war so ne Bank, ne? Mhm. Und wir machen halt den ganzen Parcours. Davor ist mir richtig gut gelangen, diese große Bank. Hm. Ähm... Aber dann... Dann bin ich gestern... Einmal hingefallen. Aber das ist halt nicht so doll. Mhm. Ich glaub, das wegen der Hand. Aber es wird jetzt irgendwann wieder gehen. Mhm. Das fühlt sich irgendwie innen so komisch an. Aber ich kann den auch bewegen. Also heißt es nicht. Vielleicht gestaucht oder so? Ähm... Ich bin gestaucht. Schlimm. Ähm... Ähm... Und da heute bin ich fast auf das Gesicht davon fallen. Aber... Ich hab mich halt ein bisschen gebotet. Okay. Da muss auch noch eine Dose liegen. Nein. Ja, aber keine. Naja. Dann da unten. Nein. Irgendwo muss doch... Ach nee, da hat Marlene die gerade mit der Haube drin. Ja. Aber... Ich sag... Um... Um... Tschüss, Rued. Der Mato findet deine Flasche jetzt. Nein, da ist nichts drin, der Haube. Okay, bis gleich. Tschüss.